Die hier angebotene 3-Zimmer-Mietwohnung ist ab sofort bezugsfrei. Die sanierte Etagenwohnung befindet sich in Neuss. Das Wohnhaus wurde im Jahr 1962 erbaut und 2014 saniert. Das Objekt befindet sich in der vierten Etage und wird über eine Gaszentralheizung beheizt. Die Wohnung verfügt über zwei Schlafzimmer, ein Badezimmer und einen Keller. Die Ausstattung entspricht einem gehobenen Standard. Die Etagenwohnung bietet eine Wohnfläche von ca. 69 Quadratmetern. Die Gesamtmiete dieser Etagenwohnung beläuft sich auf 880 Euro. Für weitere Informationen stehen wir Ihnen unter eingeblendetem Kontakt gern zur Verfügung.